Helmut Fischer war ein deutscher Schauspieler, der vor allem durch seine Rollen als bayerischer Volksschauspieler bekannt wurde. Er verkörperte in seinen Rollen den charmanten Halodri und Vorstadt Casanova. Fischers Markenzeichen war sein starksiger Gang, der mit einem Bandscheibenschaden zusammenhing. Besondere Popularität erlangte Fischer in der Rolle des Münchner Originals Monaco Franze. Leben Helmut Fischer war der Sohn eines Kaufmanns und einer Änderungsschneiderin und wuchs ohne Vater im Münchner Stadtteil Neuhausen in der Donnersberger Straße 50 A auf, wo er auch zur Schule ging. Im Zweiten Weltkrieg trat Fischer in die Münchner Fotoschule ein, wurde in den letzten Kriegsmonaten zur Wehrmacht eingezogen, erkrankte dort an Diphtherie und geriet am Kriegsende kurz in Gefangenschaft. Nach dem Krieg trat Fischer in die Schauspielschule von Otto Falkenberg ein, die er aber nach kurzer Zeit abbrach. In der Folgezeit arbeitete er als Theaterschauspieler. 1952 hatte er sein Bühnendebüt am Würzburger Stadttheater als Albrecht III. In Hebbels Agnes Bernauer. Fast 20 Jahre lang blieb Fischer weitgehend unbekannt und musste sich mit unbedeutenden Nebenrollen zufrieden geben. Unter anderem arbeitete er auf dem Münchner Oktoberfest bei der Zubarnschau als Hinterteil eines Zebras. 1953 heiratete er die Tänzerin Uta Martin, mit der er 44 Jahre lang bis zu seinem Tod zusammenlebte. 1961 gab Fischer sein Debüt im bayerischen Fernsehen. Als Friseur in Ludwig-Thomas-Komödie die Lokalbahn. Fischer selbst bezeichnete sich als »schrecklich« und sagte rückblickend, »Richtig geschämt hab, ich mich, wie überzogen ich damals gespielt hab.« In dieser Zeit arbeitete er nebenher als Filmkritiker bei der Münchner Abendzeitung. In einem Interview anlässlich seines 70. Geburtstages bekannte er, bis zu seinem 50. Lebensjahr mit der Schauspielerei kaum seine Monatsmiete verdient zu haben. 1972 spielte er im ersten Tatort des Bayerischen Rundfunks als Kriminalobermeister Ludwig Lenz den Assistenten des damaligen Kriminaloberinspektors Melchior Weigel. Als Weigel, passioniert, wurde, stieg Fischer 1981 zum Kriminalkommissar auf und löste, später zum Kriminalhauptkommissar befördert, bis 1987 insgesamt sieben Fälle. 1974 lernte Helmut Fischer in seinem Schwabinger Stammcafé, Münchner Freiheit, den Regisseur Helmut Dietl kennen. Dietl erkannte das wahre Talent Fischers und gab ihm 1979 eine Nebenrolle in der Fernsehserie »Der ganz normale Wahnsinn«, in der Fischer erstmals einen verhinderten Playboy spielen durfte. Der endgültige Durchbruch gelang Helmut Fischer 1983 mit der Serie Monaco-Franze »Der ewige Stenz«. Regisseur war erneut Helmut Dietl, am Drehbuch zu fast allen Folgen arbeitete auch Patrick Süßkind mit. In der zehnteiligen Reihe verkörpert Fischer an der Seite von Ruth Maria Kubitschek, Karl Obermeier und Ernie Singerl den leichtlebigen Charmeur und Frauenliebling Franz Münchinger, der es immer wieder schafft, die Situation mit einem Augenzwinkern und Lämmchenblick zu meistern. Berühmte Sprüche des Hauptdarstellers gingen in den Allgemeingebrauch über. Passend dazu nahm Fischer auch eine erfolgreiche Single mit dem Titel »Spatzel« auf. Von nun an war Fischer mit Rollen ausgelastet, deren Charakter allerdings immer wieder auf dem »ewigen Stenz« beruhten. Fischer selbst beteuerte bis zu seinem Lebensende, dass die Figur des Monaco-Franze nichts mit seinem wahren Leben zu tun gehabt habe. Nach eigener Auskunft hatte er mit dem Monaco-Franze in der Persönlichkeit kaum Gemeinsamkeit und war Frauen gegenüber eher schüchtern. Mitte der 1980er Jahre spielte Fischer an der Seite von Thomas Gottschalk und Michael Winslow in den beiden zärtliche Chaotenfilmen, von 1987 bis 1992 war er neben Veronika Fitz und Ilse Neubauer als »Josef Berli« in der Serie »Die Hausmeisterin« zu sehen. Seine letzten Serienerfolge feierte er in »Ein Schloss am Wörthersee«, wo er den zerstreuten Nachlassverwalter Leo Lachseneder mimte, und als Hohenwaldauer Bürgermeister Peter Elfinger in »Peter und Paul« an der Seite von Hans Klarin. Im Jahr 1993 wurde bei Helmut Fischer Krebs diagnostiziert. 1996 begab sich der Schauspieler in die Behandlung des umstrittenen Krebs-Spezialisten Julius Hacketal. Im November feierte er im großen Freundes- und Kollegenkreis seinen 70. Geburtstag. Dabei ließ er durch die Presse verlautbaren. Das Leben macht sich ja mehr und mehr aus dem Staub. Acht Monate später starb Fischer im Chiemgau. Zur Trauerfeier in der Aussegnungshalle des Münchner Nordfriedhofs und zur Beerdigung auf dem Bogenhausener Friedhof in München am 19. Juni 1997 kamen mehr als 1000 Menschen. In der Trauerrede sagte der Münchner Oberbürgermeister, Freund und Nachbar Helmut Fischers, Christian Udee, »Populär war er in ganz Deutschland, in München wurde er geliebt.« Am Lieblingsplatz von Helmut Fischer im Garten des Cafés Münchner Freiheit in Schwabing wurde ein Bronzedenkmal von Nikolaj Tregor Junior. Enthüllt, das ihn in seiner bekanntesten Rolle, als Monaco Franze, zeigt. Außerdem wurde im Münchner Stadtteil Schwabing ein Platz nach ihm benannt. Auszeichnungen 1983 Goldener Gong für Monaco Franze, gemeinsam mit Ruth Maria Kubitschek und Helmut Dietl 1983 Rose des Jahres der Münchner TZ 1983 Stern des Jahres der Abendzeitung 1987 Bambi 1990 Bambi 1990 Adolf Grimme-Preis mit Bronze für die 1. Folge von Die Hausmeisterin, gemeinsam mit Veronika Fitz und Cornelia Zagemann-Willinger 1991 Medaille München leuchtet 1991 Kränkelpreis der Münchner SPD für Zivilcourage und bürgerschaftliches Engagement 1992 Siegfried Sommerliteraturpreis 1993 Goldener Romy als beliebtester Schauspieler 1998 Bronze Denkmal von Nikolaj Tregor an der Münchner Freiheit in München Schwabing 1999 Benennung eines Platzes im Münchner Stadtbezirk Schwabing-West nach Fischer. Untertitelung des ZDF, 2020